Herzlich Willkommen zu unserem zehnten Studium zum Thema Jüngerschaft. Wir haben heute den Titel Völker zu Jüngern machen. Nachdem wir gesehen haben, dass wir angefangen haben von Kindern, von Kranken, von Ausgestoßenen am Rande der Gesellschaft, von Reichen, von Mächtigen, jetzt öffnet sich die Welt, damit die Botschaft verkündigt wird an alle Menschen in jedem Land, in jeder Stadt, in jedem Dorf. Der Auftrag Jesu in Matthäus 28 heißt es, geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Das heißt, niemand sollte ausgelassen werden. Niemand sollte mit der Botschaft der Erlösung und auch mit dem Ruf zum Dienst auf der Seite gelassen werden. Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Haben die Jünger das ernst genommen? Haben sie es getan, als der Auftrag kam? Nachdem sie den der Weg geöffnet war, haben sie angefangen in Jerusalem. Und dann, dadurch, dass ihre Tätigkeit sehr, also große Aufmerksamkeit nach sich zog, wurde ihnen widerstanden. Und der Widerstand machte, dass sie fliehen mussten. Und überall, wo sie flohen, dann nahmen sie mit sich den Auftrag, Völker zu Jüngern zu machen. Die Jünger blieben nicht an einem Ort stehen. Sie gingen hinaus. Einer, der am meisten diesen Ruf gefolgt ist, ist sicher der Apostel Paulus, der als verspäteter Jünger zu den Aposteln stieß, aber nicht müde wurde und nicht matt, bis er schreiben konnte, dass das Evangelium bis an die damalige Ende der Welt gekommen war. Aber es gibt eine Verheißung, nicht nur eine Verheißung, sondern ein Auftrag, dass heute, in den letzten Tagen, soll das Evangelium verkündigt werden. Es soll kommen, zu allen Völkern, Nationen, Sprachen. In der Offenbarung, Kapitel 14, Abvers 6, dort lesen wir, und ich sei einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Er hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Völkern, Nationen und Sprachen. Nicht eine Klasse von Menschen sollte ausgelassen werden. Alle sollten sie es hören. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie soll das heute geschehen? Wie soll denn, wie soll es sein, dass wir die ganze Welt erreichen, alle Völker? Nicht nur, dass wir ihnen das Evangelium bringen, letztendlich zu einem Zeugnis bringen, sondern dass wir sie zu Jüngern machen, dass sie antworten auf den Ruf und selber in die Jüngerschaft auch einsteigen. Wie soll das geschehen? Für Jesus, als er den Auftrag gab in Matthäus 28, da sagte er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das bedeutet, durch ihn, durch seine Macht ist es nicht unmöglich oder unerreichbar, dass wir Völker zu Jüngern machen. Durch die Gnade Gottes habe ich das Vorteil, viel unterwegs zu sein und an unterschiedliche Menschengruppen heranzukommen. Und ich finde es als ein großes Vorrecht. Und ich wünsche und ich bete, dass Gott mir diese Menschen gibt, dass ich sie erreiche. Nicht allein, dass sie nur das Wort hören. Nein, ich möchte, dass sie Jünger Jesu werden. Deshalb scheint es manchmal unmöglich zu sein, wenn man ein Gebet äußert. Es gibt Gebiete, wo ich hinkomme und ich sage, Herr, gib mir dieses Land. Gib mir es. Ich möchte, dass dein Evangelium dahin kommt. Es scheint ein Gebet zu sein, das ja unerfüllt bleiben müsste. Weil wie kann man an 80 Millionen Menschen herankommen. Und dennoch tue ich es nicht, weil ich eine Möglichkeit sehe, wie das geschehen soll. Ich tue es nicht, weil ich eine Strategie habe, wie das erreicht werden kann. Ich tue es einfach aus der Not und aus dem Auftrag, dass ich weiß, Jesus hat uns gesandt. Und unser Ruf muss aus dem tiefsten Glauben kommen, aus der Situation, wo du nicht siehst, wie soll das geschehen. Und dennoch willst du es. Du stützt dich auf dieses eine Wort. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gott kann uns Türen öffnen. Er kann für uns große Dinge tun. Aber es gibt eine Bedingung. Es gibt etwas, was wir tun müssen, damit das Evangelium an die ganze Welt kommt. Es gibt etwas, das an uns hängt, nicht an Gott. Damit er in Zusammenarbeit mit uns dieses Werk erfüllt. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Aber er schickt mich zum Dienst. So, er hat zwar die Macht, aber er will sie nicht ausdrücken, indem er selbst an die Menschen geht, sondern er sagt, ich habe die Macht und ich stelle sie dir zur Verfügung. Gehe und mache Jünger, alle Völker. Gehe, weil ich habe dir die Macht zur Verfügung gestellt. Nichts kann euch schaden. Ihr könnt über Skorpione treten, über Drachen treten. Wenn sie euch vergiften, wird es nicht funktionieren, weil ich bin mit euch. Dieser Auftrag, der steht da. Wie können wir ihn erfüllen? In welcher Zusammenarbeit müssen wir mit Gott sein? Dass wir Völker erreichen, nicht nur einzelne Personen, nicht nur hier und da jemanden, sondern dass sich die Schrift erfüllt, die wir hier haben, in unserem Merkwärts für diese diese Betrachtung. Mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Was ist erforderlich? Was ist die Bedingung, welche uns dahin bringt, dass wir tatsächlich Völker zu Jünger machen? Nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern dass Völkergruppen so zu Gott kommen, solche Jünger Jesu werden, dass sie wirklich einen Unterschied machen, die wirklich einen Unterschied machen, in dieser Welt. Wir haben in unserer Betrachtung einen Textabschnitt, der die Bedingung erklärt, wie wir, was erforderlich ist, damit wir tatsächlich an die Enden der Welt kommen und dass wir tatsächlich mit Erfolg arbeiten. Steht hier in Johannes 12, Vers 24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasset, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Es ist nicht der einzige Textabschnitt, der hervorhebt, dass der Erfolg nur in einer einzigen Weise funktionieren wird. Und das ist der, wer mir dienen will, der folge mir nach. Der folge mir nach. Das heißt, auf den Fußspuren Jesu zu gehen, bedeutet, Erfolg zu haben. In Johannes 15 erklärt er das in ähnlicher Weise, indem er sagt, wer in mir bleibt, der bringt die Frucht. Der wird viel Frucht bringen. wer in mir bleibt. Es gibt sonst keine andere Bedingung. Es gibt keine andere Bedingung. Außer, wer in Christus bleibt, der wird viel Frucht bringen. Wir brauchen heute Morgen gelesen in diesem Buch den Fußspuren des großen Arztes. Deshalb lese ich darin, weil es mein Vorbild ist, Christus nachzufolgen. und hier steht es so, nachdem sie beschrieben hat, dass Gott sich dem Elia nicht im Feuer, im Erdbeben, im Sturm zeigte, sondern in einem leisen Säuseln. So musste auch der Heiland selbst sein Werk verrichten, nicht indem er Throne und Reiche umstürzte, nicht mit Prunk und äußerer Schaustellung, sondern indem er zu den Herzen der Menschen durch ein Leben der Barmherzigkeit und Selbst auf Opferung redete. Was ist das Vorbild Jesu? Vorbild Wie ist er aufgetreten? Wie ist er vorwärts gekommen? Wieso war er erfolgreich? Es ist nicht indem er Throne und Reiche umstürzte, nicht mit Prunk und äußerer Schaustellung, sondern durch ein Leben der Barmherzigkeit Ein Leben der Barmherzigkeit und Selbst auf Opferung. Selbst Selbst auf Opferung auch ein Leben der Barmherzigkeit und Selbst auf Opferung. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Es kommt durch die Sanftmut, womit sein Wort mitgeteilt wird. Es kommt die Sanftmut, Womit das Wort Christi mitgeteilt wird. Durch das innere Wirken seines Geistes, durch die Gemeinschaft der Seele mit ihm, der ihr Leben ist, durch das Inner Wirken des Geistes, durch die Gemeinschaft der Seele mit ihm, Satz, ich möchte, dass wir uns alle unterstreichen. Die größte Offenbarung seiner Macht wird erkannt in der menschlichen Natur, welche die Vollkommenheit des Charakters Christi erreicht. Wann wird es möglich sein, die Welt zu erreichen? Wann wird es möglich sein, in diesen heutigen Tagen an den Rand der Welt zu kommen und die Völker zu jünger zu machen? Es wird in den letzten Tagen sein, so sagt es die Prophetie, so haben wir in der Lektion den Micha-Text und viele andere Texte, die dort nicht stehen, wo von den letzten Tagen die Rede ist, wo von Zion das Gesetz ausgehen wird und wo die Völker sie aufmachen werden, zu scharen, zu seinem Haus zu kommen. Es ist die Verheißung, die immer noch gilt. Sie wird sich erfüllen in den Tagen, in denen Gottes Macht zum Ausdruck kommt, durch die menschliche Natur, welche die Vollkommenheit des Charakters Christi erreicht. Die größte Offenbarung seiner Macht. Wir haben in den letzten Betrachtungen gesprochen von Macht. Das Macht, das das Höchste ist, was so der Mensch danach strebt. Reichtum, Berühmtheit, aber Macht ist der Gipfel. Ja, ohne Macht wird das Evangelium nicht über diese Welt gehen. Es wird auch nicht gehen durch Zeichen und Wunder, auch nicht durch eine außerordentliche Manifestation, die übernatürlich ist im Sinne einer Sensation. Nein, es wird nicht durch ein plötzliches Herabfallen, wie manche glauben, des Heiligen Geistes sein wird. Der Heilige Geist wird kommen, aber er kommt in Stücken. Er kommt in, so viel er uns lehren kann, immer vorwärts, immer vorwärts. Und seine größte Macht wird dann entfaltet, wenn er in einer menschlichen Seele den vollkommenen Charakter Christi zum Ende gebracht hat. Das ist das, was die Welt letztendlich erleuchten wird. Das wird die Macht sein, die die Völker beeindrucken wird. Göttliches Wesen offenbart in der menschlichen Natur. Das ist es, was uns die Bibel sagt. Deshalb sagt Jesus, ich habe euch ein Vorbild gegeben, der mir nachfolgt. So wie ich getan habe, so sollt ihr auch tun. Wer mir nachfolgt. Und das waren seine. Das ist ein Leben der Barmherzigkeit, der Selbstaufofferung. Er hat das Wort mit Sanftmut verkündigt. Er hatte das innere Wirken des Geistes, ja, da war er ständig verbunden. Durch die Gemeinschaft der Seele, die er hatte mit seinem Vater, der das Leben ist. Und genau das ist das, was sich offenbaren wird. Womit sein Volk, dieser Engel aus Offenbarung 14, der mitten durch den Himmel fliegt, ausgestattet sein wird. Damit das Werk zu seinem Abschluss kommt und alle Menschen gerufen werden, als letztes Mal Jünger Jesu zu werden. Als unser Heiland auf diese Welt kam, konnte er nicht anders den Menschen beeindrucken. Er hat die Menschen nicht gewonnen, indem er ihnen, wer weiß, welche Dinge erzählte. Wir haben in den vorigen Lektionen gelesen, er wollte nicht für irgendwelche Wunder oder Heldentaten anerkannt sein. Er kam nicht, um die Sensation des Menschen zu stillen. Er kam, um ein Bild zu bringen seines Vaters. Er kam, um diesen darzustellen in seiner Art. Deshalb konnte Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Er kam in menschliche Gestalt. Er kam in der menschlichen Natur und offenbarte die Vollkommenheit des Charakters seines Vaters. Und die Hochheit seiner Macht war, als er am Kreuze sein Leben gab. Kommen wir noch im Verlauf dahin, zu erkennen, wo wird es sein? Wie werden wir dahin kommen, dass wir diesem Beispiel folgen? Die größte Offenbarung seiner Macht wird erkannt in der menschlichen Natur, welche die Vollkommenheit des Charakters Christi erreicht. Wisst ihr, wir sagen immer, das Werk, ja, wir gehen vorwärts, aber es ist der Heilige Geist, der es tut. Ja, sicherlich. Wir haben den Eindruck, dass wir an einen Ort gehen, wir reden etwas und dann wirkt der Geist Gottes so mächtig, dass alle Menschen dann bekehrt werden oder eine große Menge davon. Wir haben den Eindruck, dass es so funktioniert. Aber es ist nicht so im Leben Jesu gewesen, der die größte Macht des Geistes hatte. In seinem Leben kam aus ihm heraus etwas, dass die Menschen an seinem Leben sehen konnten. Es war die Offenbarung im Menschen des Geistes Gottes, nicht außerhalb von ihm, dass ihm die Macht gab, dass ihm die Fähigkeit gab, dass er an das Herz herankommen konnte. So, wenn wir auftreten werden vor Menschen und die Menschen in unserem Leben, auch nicht in Vollkommenheit, aber wir sind ja im Training als Jünger, wenn sie betrachten werden, dass unser Leben ein geisterfülltes Leben ist, nämlich der Geist Gottes wirkt an meinem Herzen und in meiner menschlichen Natur wandelt er etwas um, was sichtbar wird. Das wird beeindruckend. Damit wird der Geist Gottes wirken, weil so hat er auch im Leben Jesu gewirkt. Jesu sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt, Christi Nachfolger sollen das Licht der Welt sein. Unser himmlischer Vater gebietet ihnen jedoch nicht, sich anzustrengen, damit sie leuchten. Gott billigt keine selbstzufriedene Bemühung, gütiger als andere scheinen zu wollen. Er wünscht, dass ihre Seelen mit den Grundsätzen des Himmels erfüllt seien. Wenn sie dann in Berührung mit der Welt kommen, werden sie das Licht offenbaren, welches in ihnen ist. Ihre standhafte Treue in jeder Handlung des Lebens wird ein Mittel der Erleuchtung sein. Ist das nicht deutlich? Haben wir das noch nicht begriffen und erkannt? Ich möchte es noch einmal betonen. Das Bitten um den Heiligen Geist, das pure Gebet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird nichts bringen. Weil es ist nur eine Seite der ganzen Tabelle. Wenn uns der Teufel verblenden kann mit dem Guten, wird er es tun. Und er tut es erfolgreich. Weil Menschen, ich treffe Menschen an, die bitten um den Heiligen Geist, sie stehen morgens auf, sie tun dieses Gebet und nichts ändert sich. Sie sind genauso unfreundlich, sie haben keine Erleuchtung, sie bestimmen über andere. Es tut sich nicht wirklich etwas, weil es bedarf einer Bedingung. Wir müssen das Werk des Heiligen Geistes verstehen. Es ist ein Werk, das er in meiner Seele tut. Und das tut er nicht unintelligent, das tut er nicht durch ein Wunder im Sinne dessen, dass ich plötzlich aufstehe und bin ein anderer Mensch. Sondern das tut er Schritt für Schritt, Punkt für Punkt, wie ich es verstehe. Deshalb sagt Ellen weiter an der anderen Stelle, der Wert eines Menschen wird gemessen an seiner Fähigkeit der Aufnahme des Heiligen Geistes. Das bedeutet ich, je mehr ich verstehe und umsetze in meinem Leben, umso mehr Heiligen Geist habe ich. Dafür bitte ich, aber ich bitte konkret. Es reicht nicht, dass ich gehe und sage, Herr, gib mir den Heiligen Geist. Nein, ich sage ihm, Herr, dies und dies konkrete Problem habe ich. Und ich weiß, nur durch die Kraft eines Geistes kann ich es, ich weiß aber nicht, wie es geschehen soll, offenbare es mir, zeige es mir. Ich habe diese Gedanken, ich habe diese Neigung, ich habe diese Art, die ich hasse wie die Pest, wie kann ich sie losbekommen? Und dann fängt der Geist ein Werk an in mir, in Zusammenarbeit mit mir, das intelligent ist, das bewusst ist, nicht nebulös. Obwohl es ein Wunder ist, das ich nicht beschreiben kann, ist es dennoch ein bewusstes Zusammenwirken mit ihm. Es ist kein Schreien im Sinne, gib mir etwas wie Brot, sondern lehre mich etwas, weil unser Geist muss gelehrt werden. Wir haben letztes Mal gesehen, diesen wunderbaren Satz, ich habe mich in ihn verliebt, der da sagt, dass wir die Hallen unseres Gedächtnisses erfüllen sollten mit dem Worte Christi. In der Seite 218, in den Hallen ihres Gedächtnisses sollten die köstlichen Worte Christi offenbart sein. Das ist das, das sind die Worte Gottes, die sind geschrieben hinein in uns durch den Heiligen Geist. Die kommen hervor in der Situation der Not. Gott billigt keine selbstzufriedene Bemühung, gütiger als andere scheinen zu wollen, weil das können wir tun, wie wir wollen. In dem Moment, wo jemand auf den Finger unseres Herzens drückt, zeigen wir genau, wer wir sind. Und dann ist unser gütiges, bemühtes Auftreten null und nichtig, weil wir offenbaren, niemand anders als unsere Selbstsucht. Er wünscht, dass ihre Seelen mit den Grundsätzen des Himmels erfüllt seien. Das ist das Gebet um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird beschrieben in der Heiligen Schrift als Lehrer, nicht als vorrangig Wundertäter. Ja, er macht Wunder, aber wir haben gesehen, die größte Offenbarung der Macht des Geistes ist, nicht, dass ich einen Besessenen befreie, nicht, dass ich zu jemandem sage, stehe auf und gehe, sondern, dass mein eigenes Leben eine Offenbarung ist des Wesens Gottes. Das geschieht nicht von heute auf morgen, das ist nicht eine Antwort auf ein Gebet, das ist eine Antwort auf Tausende und Abertausende von konkreten Bitten, nicht allgemeinen, nicht irgendwelchen Floskeln, das alles zählt nichts, es führt zu nichts, sondern konkret zum Punkt. Das ist mein Problem, das habe ich erkannt durch dein Wort, durch deinen Geist und jetzt will ich das erledigen. Und dann wird gekämpft, zusammen mit ihm, bis in der menschlichen Natur, der Geist Gottes, die Grundsätze des Himmels hineingeschrieben hat. Und dann kann passieren, was will, weil was drin ist, das kommt raus. In jeder Situation. Wir werden uns nicht bemühen, freundlich zu sein, weil wir müssen es nicht, wir sind freundlich, weil wir im Herzen die Freundlichkeit Gottes tragen, durch die Gegenwart des Geistes, den wir aufgenommen haben als Lehrer, der uns es gelehrt hat und der in der Situation uns die Kraft gibt, dass wir es ausleben, aber wir werden es tun, weil wir es haben, wir werden es haben, weil wir es geschrieben worden ist in unseren Herzen. Reichtum oder hohe Stellung, kostbare Architektur, kostbare Ausstattungen oder Einrichtungen sind zum Fortschritt des Werkes Gottes nicht erforderlich. Das ist ein interessanter Satz, Reichtum oder hohe Stellung, kostbare Architektur, wir mögen es manchmal gut dazustehen, es ist nicht schlimm, es ist gut dazustehen, kostbare Ausstattungen oder Einrichtungen sind zum Fortschritt des Werkes Gottes nicht erforderlich. Ebenso unnötig sind Heldentaten. Siehe da, was ich gemacht habe, siehe da, welches große, sensationelle Werk durch mich passiert ist, oder manchmal sind ja Heldentaten, dass wir uns irgendwo loben, dass wir als Erste in irgendeine Katastrophe kommen und siehe da, wir waren die Ersten, wir haben es geschafft, dort anzukommen und wir haben geholfen. Es ist nicht Schlimmes, was wir tun, aber um den Fortschritt des Werkes ist nicht das die Kraft. Ebenso unnötig sind Heldentaten, welche der Menschen Beifall gewinnen und der Eitelkeit dienen sehr, sehr schwierig zu unterscheiden in sich selbst, ob man eine Tat aus Selbstlosigkeit getan hat, eine gute oder aus Eitelkeit und Beifall Heischung, das heißt, um Beifall zu bekommen. Weltliche Schaustellung, wie großartig sie auch sein mag, hat keinen Wert bei Gott. Gott schätzt das Unsichtbare und Ewige höher als das Sichtbare und Vergängliche. Letzteres ist nur von Wert, wenn es ein Ausdruck des Ersteren ist. Das heißt, das Unsichtbare und Ewige muss sich durch das Sichtbare zeigen. Die auserwähltesten Erzeugnisse der Kunst besitzen keine Schönheit, die mit der Schönheit des Charakters verglichen werden kann, welche das Wirken des Heiligen Geistes in der Seele erzeugt. Die auserwähltesten Erzeugnisse der Kunst besitzen keine Schönheit, die mit der Schönheit des Charakters verglichen werden kann, welche das Wirken des Heiligen Geistes in der Seele erzeugt. Das ist das, worauf es ankommt. Die Schönheit. Wir werden die Schönheit tragen, die in uns wohnt. Entweder wohnt in uns unser eigenes Ich, Selbstsucht und Stolz, die Idee ich bin Gott oder aus mir kommt heraus die Schönheit des Wesens Gottes, weil dort der Heilige Geist in meine Seele etwas hineingeschrieben hat, was ewig bleibt. Als Gott seinen Sohn unserer Welt gab, verlieh er seinen Geschöpfen unvergängliche Schätze, im Vergleich zu denen alle sind seit Anbeginn der Welt aufgehäuften reichenden Menschen nichts sind. Das heißt, die Schätze, die wir in Christus haben, sind nichts gegen alle Schätze, die sich je seit Beginn der Welt angehäuft wurden. Christus kam auf die Erde und stand vor den Menschen Kindern mit der von Ewigkeit her angesammelten Liebe. Und dies ist der Schatz, den wir durch unsere Verbindung mit ihm empfangen, offenbaren und mitteilen sollen. So, was brachte Christus zur Welt? Was war der Schatz? Die von Ewigkeit her angesammelte Liebe. Liebe, dies ist das, was in unserem Herzen zum Vorschein kommen soll. Aber diese Liebe kann nicht zum Vorschein kommen, bis nicht etwas geschieht, bis das Weizenkorn nicht stirbt. Die Selbstsucht, die sterben muss in unserem Leben, ist das, was uns im Wege steht, wirklich Diener Gottes zu sein, wirklich diese Liebe zum Ausdruck zu bringen. Es ist unsere Selbstsucht, die in Konkurrenz steht mit dieser Liebe Gottes. Wisst ihr, Menschen können große Taten bewirken aus Stolz und Selbstsucht heraus. Du musst nicht mit der Liebe Gottes erfüllt sein, um bis ans Ende der Welt zu gehen und etwas zu verkündigen. Du musst nicht mit der Liebe Gottes erfüllt sein, um an Menschen zu gehen und in die Gesundheitsbotschaft zu bringen. Du musst nicht mit der Liebe Gottes erfüllt sein, um große Taten wie Hilfsgüter, wer weiß, an welchen Ort zu bringen. Das alles kann auch das Ich. Das alles ist auch in der menschlichen Fähigkeit möglich. Aber was in der Menschen Fähigkeit nicht möglich ist, ist die Liebe zum Ausdruck zu bringen, die nur Gott hat und die nur zum Ausdruck kommt, wenn Gott und du, wenn Gott und ich eins geworden sind. Diese Liebe bringt, kann genau dieselben Taten hervorbringen, aber sie wird standhalten in der Stunde der Anfechtung, in der Stunde der Not, wird sie nicht versagen, leben, sondern sie wird stehen bleiben. Deshalb müssen wir uns prüfen, woraus tue ich, was ich tue? Woraus tue ich, was ich tue? Tue ich es aus meinem Leben heraus oder tue ich es aus Gott heraus? Wir haben den Text in Johannes 12, 25 gelesen und und er sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren und wer sein Leben hasst, der wird es ins ewige Leben führen. Wer sein Leben liebt, wir haben hier also das Leben ist unser Leben und jetzt können wir zwei Dinge tun damit. Wir können es entweder lieben oder wir können es hassen. Und die Worte Jesu sind manchmal ziemlich schwierig zu verstehen oder nicht. Der eine, der liebt sein Leben, der stirbt. Und der andere, der sein Leben hasst, er lebt ewig. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir diese Dinge in unserem Kopf begreifen? Gebe mal ein Beispiel. Durch meine Tätigkeit komme ich Berührung mit allerhand menschlicher Not. Und eine der Nöte, die sehr stark sind, sind die Beziehungsnöte in der Ehe. Ich sehe so viele Menschen, die in ihrer Ehe scheitern. und um ein Beispiel zu geben, ich spreche gerade mit einer Frau, deren Mann seit anderthalb Jahren sich in ihre beste Freundin verliebt hat. Es ist noch nichts in dem Sinne körperlich passiert. Gottes Vorsehung hat es so gemacht, dass ich sowohl mit der einen als auch die andere zur Beratung hatte. Und so kamen die Puzzleteile zusammen, dass sie auch ihre beste Freundin, die in ihrer Ehe und ihre zwei Kinder sich in den Mann dieser Frau verliebt hat. Und sie zwei sind alles gläubige Menschen. Nicht Heide, nein, sie sind Christen. Sie sind da und die Frage ist, wieso sind sie in diesem Zustand angekommen? Nun, man kommt in diesen Zustand nur an, weil man sein Leben liebt. Das heißt, man ist auf der Suche nach seinem Leben, nach der Erfüllung seines Lebens und man sucht sie in einem Mann oder einer Frau. Aber das ist, wie soll ich sagen, man fällt so tief, weil die Seele innerlich völlig leer ist. Und es ist gut, dass man in diesen Graben fällt, dass man sich Rechenschaft gibt, wie tief man gefallen ist. Keiner fällt da hinein aufs Stolperstein, sondern man fällt da hinein weil die Seele leer ist. Weil die Liebe Gottes fehlt. Weil man sich von Gott entfernt hat, obwohl man Sabbat für Sabbat in die Gemeinde geht. Aber die größere Herausforderung ist nicht diese zwei, die sich verliebt haben. Die größte Herausforderung ist die Frau, die geschädigt ist und der andere Mann und der andere Mann weiß noch nichts. Nur diese Frau weiß es. So der nichts weiß, der wird dadurch auch nicht so gefordert. Aber diese Frau, die es weiß, was passiert mit ihr? Geht sie zugrunde oder blüht sie auf? Was treibt sie an? Weil sie das Leben liebt oder hasst? Sie sieht, ihr Mann nimmt sich keine Zeit mehr für sie, er sitzt am Computer, er zieht sich zurück und man will sich einigen, dass das Kind seine Prüfung macht, damit sie nicht durcheinander kommen, dass man dann erst Schritte unternimmt. Nicht Schritte, die gut sind, sondern wahrscheinlich der Trennung. Man denkt, man würde dann das Kind doch nicht mehr beeinflussen. Die Not dieser Frau zeigt hervor letztendlich, wen hat sie mehr lieb, sich selbst oder ihren Mann. Leidet sie, weil ihr Mann so verloren ist oder leidet sie, weil sie so sehr gekränkt wurde und in ihrem Vertrauen verletzt. Was glaubt ihr, wie hat Jesus gelitten, als er den Sünder sah? Hat er es als eine Attacke an sich selbst gesehen? Gegen sich? Als Petrus ihn verleugnete, hat Jesus an sich gedacht und gesagt, ach, ich arme, jetzt bin ich auch noch von Petrus verlassen, jetzt macht mich auch diese noch zu Schande. Waren das die Gedanken Christi? Mit Sicherheit nicht. Die Gedanken Christi weilte nicht bei sich selbst. sein Augenmerk ging weg von sich selbst und er blickte Petrus an und sagte durch seinen Blick ich gebe dir Mut erinnere dich ich habe gesagt ich habe für dich gebetet dass dein Glaube nicht aufhört du hast mir nicht weh getan aber dir und um dich tut es mir leid nicht um mich niemand muss sich um mich leid tun Jesus hatte kein Selbstmitleid sonst hätte er gesündigt Jesus hat in dem wahrsten Sinne seines Wortes sein Leben in dem Sinne gehasst dass er es nicht für wichtig hielt gegenüber dem Leben eines anderen diese Frau in ihrer Prüfung steht dort dass sie sich Rechenschaft geben muss tue ich es für mich oder tue ich es für meinen Mann wer wem gilt meine Barmherzigkeit gilt sie mir und meiner Not weil ich so verletzt bin oder gilt sie ihm der so gefallen und verloren in seiner Not ist wem gilt sie und ich denke ihr könnt es messen ich meine ich beschäftige mich innerlich damit ich setze mich in die Situation des Anderen und sage wie würde ich handeln würde es mir um mich wehtun und hätte ich jetzt kein Vertrauen mehr in den Anderen oder würde es mir um den Anderen wehtun dessen Not jetzt tatsächlich zum Vorschein kommt was bedeutet es wenn Jesus sagt wer sein Leben liebt versteht ihr wenn ich mein Leben liebe dann wird die Tat meiner Frau meines Mannes mich zerstören weil es um mich geht es geht um mein Leben ich bin der Gescherigte ich bin der der in der Not ist ist das wirklich so oder ist der in der Not der in Sünde gefallen ist wer sein Leben liebt wird es verlieren diese Frau ist so traurig über diese Jahre dass sie über dieses Jahr was vergangen ist über das Verhältnis und ich hoffe ich kann es ihr klar machen dass sie nur rauskommt aus dieser Not wenn sie das Leben ihres Mannes als das geht worum sie kämpfen soll nicht um ihr eigenes nur dann wird sie ein Sieger herauskommen aus dieser Not und ihre Ehe und ihren Mann retten können wenn sie verzichten kann auf sich selbst oh ich weiß das klingt nicht gut aber es ist das wodurch die göttliche Kraft des Geistes hervorkommt und nichts anderes der Geist der Geist Gottes kann nur hervorkommen in einem Menschen wo dieses Hassen wo wir den Egoismus den Stolz das um uns gehen wirklich verabscheuen das will das will Jesus ausdrücken wenn du dir nicht mehr selber leidtust sondern deine Barmherzigkeit gilt dem anderen dann ist der Geist Gottes in deinem Leben am wirken dann hast du ihn weil das kannst du nur tun nur der Geist Gottes sagt Ellen Weid in dem Buch in den Bergpredigt nur der Heilige Geist kann Liebe für Hass geben nur der Heilige Geist kann Vertrauen geben das ist jetzt meine Worte das war das Zitat nur der Heilige Geist kann Vertrauen geben wo man miss wo man einem wo man das Vertrauen missbraucht hat nur der Heilige Geist kann hinweg schauen über den äußerlichen Fehler des anderen und sagen die innere Not dieses Menschen ist größer als meine Not aber wenn ich in diese Sache genauso hineinfalle wie die wie mein Partner dann ist die Not in beiden Seelen gleich groß versteht ihr dass dieser Schatz den Christus gebracht hat die angesammelte Liebe den wir durch unsere Verbindung mit ihm empfangen offenbaren und mitteilen sollen dieser Mann in der Geschichte und die Frau und wer auch immer sie sind könnten errettet werden hätten sie ein Vorbild von einem Menschen der liebt der nicht sich selbst sucht in dem was er tut der nicht nach sich selbst trachtet sondern nach dem was des Anderen das ist die Hauptbedingung wer sein Leben liebt stirbt und man könnte lange Stunden reden darüber die Zeit reicht nicht aber ich hoffe wir haben den Gedanken verstanden geht es um dich oder um mich geht es um die Völker da draußen oder geht es um uns geht es um den Sünder oder geht es um meine Beleidigung um was geht es letztendlich Christus hat uns den Schatz der angesammelten Liebe Gottes gebracht und wir können es mitteilen offenbar und mitteilen wenn er in uns ist wenn nicht wird uns so eine Krise total durcheinander bringen und wir werden erstaunt sein und schauen auf die andere und geben den anderen die Schuld dass wir nicht mehr vertrauen können dabei ist es nur unser eigenes ich nur unsere Selbstliebe die uns verstückelt menschliche Bemühungen Bemühungen sind sie wichtig ja sie sind aber sie werden in dem großen Werk der Erlösung gerade in dem Maße wirksam sein in welchem der Arbeiter sich dem Herrn geweiht hat und so weit sie die Macht der Gnade Christi das Leben umzubilden offenbaren wir müssen uns von der Welt unterscheiden weil Gott uns sein Siegel aufgedrückt hat weil er in uns seinen eigenen Charakter der Liebe offenbart unsere Löser bedeckt uns mit seiner Gerechtigkeit wenn Gott Männer und Frauen zu seinem Dienst erwählt so fragt er nicht ob sie Gelehrsamkeit Beretsamkeit oder weltliche Reichtümer besitzen er fragt wandeln sie in Demut oder wandeln sie in solcher Demut dass ich sie meine Wege lehren kann kann ich meine Worte in ihren Mund legen werden sie sie mich darstellen Unser himmlischer Vater kann jeder Seele nur in dem Maße gebrauchen in welchem er seinen Geist in ihr Herz ausgießen kann Er Er will Er will nur das Werk annehmen welches sein Bildnis widerstrahlt Seine Nachfolger sollen als ihre Beglaubigung schreiben für die Welt die unauslöschlichen Charakterzüge seiner unsterblichen Grundsätze tragen Meine Lieben das sind Worte die ich empfehle euch zu lesen Seite 38 und 39 es in dem zweiten Kapitel dieses in den Fußspuren des großen Arztes Es sind Worte die eine Bedeutung haben die den Irrtum dieser heutigen Tage offenbaren in dem wir uns befinden Es offenbart dass in unserem Leben menschliche Kraft sich zeigt und nicht göttliche Es offenbart dass wir aus unserem Ich heraus handeln weil wir unser Leben lieben weil wir uns selbst darstellen wollen wir werden nicht sehr weit kommen Nein unsere Selbst Darstellung wird nirgendwo landen außer in der Hölle und im Tode Was wir brauchen ist dass unser Ich stirbt und es stirbt nicht einmal ganz es stirbt in Schritten und je mehr wir in diesen Schritten vorwärts gehen unter der Leitung nur des Heiligen Geistes dadurch dass er das Leben Jesu uns zu Vorbild gibt dadurch werden wir vorwärts kommen dadurch werden wir ihn offenbaren unser himmlischer Vater kann jede Seele nur in dem Maße gebrauchen in welchem er seinen Geist in ihr Herz ausgießen kann aber die Ausgießung des Heiligen Geistes in das Herz ist diese Mitarbeit wandeln sie in solche Demut dass ich sie meine Wege lehren kann ich nehme noch mal die Frau in meinem Beispiel ich habe ich habe mit beiden Frauen gesprochen die eine die sich in den Mann ihrer Freundin verliebt hat und mit ihrem Mann unglücklich und zufrieden ist und ich habe schön und deutlich gesagt dass es noch nicht zu spät ist umzukehren dass sie sofort ohne große Rede Schluss ist und sich hinwendet ihren eigenen Mann zu lieben und sich hinwendet ihre eigenen Kinder anzunehmen ich habe so deutlich die dinge vor augen gehalten dass sie gesagt hat wie soll mich nicht verabschieden nein nicht sagen nein du kannst ihm irgendwo eine botschaft wenn du willst irgendwo sagen es ist schluss fertig aus kein kontakt keine sehen mehr den ort wechseln wenn es sein muss nicht dass das die äußeren maßnahmen entscheidend wären aber wenn ich die äußeren maßnahmen nicht bereit bin zu tun bin ich nicht bereit mich belehren zu lassen bin ich willig zu sehen dass mein Leben in Gefangenschaft der Sünde lebt und bin ich willig mich vom Geiste Gottes die Wege leeren zu lassen weil in dem Moment wo sie das tut und sich hinwenden würde zu ihrem Mann würde der Not ihres Herzens behoben sein der Heilige Geist würde hineinkommen und sie hätte Frieden sie müsste nicht mehr suchen nach sich selbst zumindest nicht auf dieser Ebene gibt noch andere Ebene wo wir nach uns selbst suchen die wir die der Geist Gottes uns durch die Wache wäre gestillt und der anderen die sogenannte Geschädigte weil sie denn das nicht aushalten kann sie hat zwei Feinde diese andere ihren Mann und diese Freundin der muss sich erklären weil so weit war ich noch nicht und ihr sagen bist du willig dein Leben aufzugeben oder nicht bist du willig auf dich selbst zu verzichten um deines Mannes Willen um ihn zu retten das heißt nicht dass wenn er sich nicht ändert dass die Ehe weiter geführt aber es heißt dass sie nicht um sich selbst kämpft sondern um ihm um seines Lebens Willen weil sie ihr eigenes Leben nicht liebt sondern hasst aber das Leben des Anderen liebt und sagt ich will meinem Mann dessen Not ich jetzt sehe helfen dass er aus seiner Not mit Gottes Gnade heraus kommt der Geist Gottes fragt oder Gott fragt wandeln sie in solcher Demut dass ich sie meine Wege lehren kann bin ich willig zu folgen weil erst durch folgen kommt der Geist nicht durch Gebet allein erst durch folgen kann ich meine worte in ihren Mund legen werden sie mich darstellen das ist die Frage wird Gott fähig sein uns zu jüngern zu machen die eines die er eines Tages nicht nur im kleinen Kreise einsetzen wird sondern vor die Augen dieser Welt stellen wird und das Evangelium wird nicht dadurch vorwärts kommen oder an die Menschenherzen kommen dadurch dass die jemand schöne Worte redet vor tausenden im Stadion spricht und Wunder tut nein das ist nicht die Methode Gottes nirgendwo finden wir es in der Heiligen Schrift dass sie die Methode ist nein Methode Gottes ist einen Charakter darzustellen ein Charakter darzustellen und dieser Charakter ist die größte Macht weil er ist das Wunder der Umgestaltung der menschlichen Natur Gott muss offenbart werden im Menschen das heißt Christus nachfolgen alles andere ist eine Lüge Gott kam und wurde Mensch um uns als Menschen sich zu offenbaren damit wir ihn erkennen und das hat er getan damit alle sich nach ihm richten können aber Christus lebte vor 2000 Jahren niemand kann noch nachvollziehen wie er gelebt hat außer in seinen Nachfolgen die Offenbarung Christi im Menschen die Offenbarung des Schatzes der Liebe Gottes in dem menschlichen Wesen das ist die Macht die die Welt zu Jüngern machen wird an dem Tage wenn Gott uns stellen kann vor die Welt in der Not unseres Lebens und wir unser Leben nicht lieben sondern hassen wenn wir stehen werden so wie Christus vor seinen Anklägen wenn all das was sie ihm getan haben sie auch uns antun können dann müssen wir aber unsere Eheprobleme schon längst gelöst haben dann kommt sein Charakter zum Ausdruck und dann scheint die Macht des Heiligen Geistes am stärksten dadurch wird die Welt erleuchtet nicht durch einen anderen Weg die Offenbarung Gottes im Menschen ist das Ziel ist das Ziel das wird der Erfolg sein dabei möchte ich sein dahin strebe ich mit allem was ich kann das will ich erreichen die größte Offenbarung seiner Macht wird erkannt in der menschlichen Natur welche die Vollkommenheit des Charakters Christi erreicht willst du das willst du um das betten dass in deinen in den Hallen deines Gedächtnisses die Grundsätze des Himmels stehen dass wenn auch immer sie abgerufen werden wenn auch immer eine Not kommt sie da sind und wie ein Blitz oder wie ein Feuer aufleuchten und die Welt erkennt und sagt das ist nicht ein Mensch das ist ein Kind Gottes das möchte ich sein ich möchte eines Tages dass viele Menschen errettet werden durch mein Leben ich weiß wenn ich es liebe werde ich es nie schaffen aber je mehr mir dieses Leben nicht wertvoll ist sondern das Leben der Anderen wertvoller als meines umso mehr wird das Ziel mehr erreichen dass der Heilige Geist in den mein Herz schreiben kann sein Gesetz den Schatz Christi der wann auch immer er gebraucht wird zum Vorschein kommt möge Gott uns diese Gnade schenken unser Ziel wenn du es hast so wie ich zu erreichen Amen Amen Untertitelung des ZDF, 2020